Oh, die Edgeguards, die laufen auf jeden Fall. Ja, der ist einfach tot. Nice, Mann. Mach mal B-Kill. Oh, ja, das wollte ich sowieso, das wollte ich gestern im First-O-Tent machen, ne? Aber es hat einfach gar nicht geklappt. Aber ich wollte unbedingt auch mal mit Nutri-B-Killen, ja. Oh, Roy's Abwehr ist so gut, ne? Ich glaube, Jep und Abwehr sind so meine Lieblings-Moves. Becker hat aber auch rein. Well, ähm... Ja, da ist der Nutri-B-Kill. Nice, Alter. Ja, das ist halt auch ganz witzig. Die Side-B geht da einfach komplett durch. Okay, also das war auf jeden Fall ein relativ sicker Stock. Der hat mich halt nur einmal berühren können. So, jetzt probiere ich mal ein bisschen die Time-Out-Strat. Oder halt eher defensiv. Weil ich muss jetzt nicht wirklich zu ihm hin. Oh mein Gott, Alter. Was war das denn? Das sah ja super sick aus. Immer mit Side-B die Kombos erweitert. Clean, einer Ledge. Oh mein Gott, ey. Er kommt gar nicht mehr ran. Let's go. So deine Switch hacken. Und dann auf so einer Website Smash-Mods installieren. Also ist gar nicht mal so schwer. Dauert ungefähr 45 Minuten, wenn du dir ein Tutorial nebenher anschaust. Aber du brauchst halt eine hackbare Switch und eine gute SD-Card. Und es gibt halt ein Risiko, dass man online gebannt wird. Also ja. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Charge-Shot into F-Smash, Alter. So brutal einfach, ne? Vor allem... Nein! Warte. Oh, ins Gesicht, Alter. Ins Gesicht geschlagen. Let's go. Oh, Junge. Hat mich schon gewarnt, dass es vielleicht laggt. Aber es sieht eigentlich gerade ganz nice aus. Ja, ich glaube, er ist einfach tot, ne? Ja. Das ist Dr. Mario. Alter. Alter. So viel Shit-Damage, Alter. Samos an der Ledge, Alter. Er durfte... Er durfte nicht mehr zurückkommen. So läuft's halt. Let's go. Dreimal Gatch-Garlet, ey. So lässt sich's sehen, Alter. So lässt sich's echt sehen. G-G. Joe Johnson mit Wolf. Okay. Samos heißt Samos, weil... Einfach so. Ja. Hat man ja eigentlich auch auf Google relativ schnell herausgefunden, ne? Ob's da einen Grund gibt oder nicht. Und Side-B? Ja, Mann. Ja. GG. Genau, eben. Du machst sehr viele Ground-Up-Moves. Und da ist halt Jigs gar nicht gut, eigentlich. Eher in der Luft probieren. Also probieren, den Gegner zu graben. Und dann halt mit Ariels irgendwie hinterher zu kommen. Ja, ich wusste, dass da eine Down-Erkommt. Einfach abgestochen, Alter. Nice. Ah, verkackt. Ich wollte ihn wegsnapen mit dem Charge-Shot. Ja, so ungefähr. Nice. Ja, machst du halt nix. In dem Match-Up machst du nix. Da musst du Ruffy heißen. Damit das funktioniert als K.R.O.L. Okay, der Stock war mächtig, Alter. Ah, schirrt doch. Jetzt aber. Ja, nice. Aber ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass er noch nicht so mit Smash klarkommt. Auch kein Problem an sich. Frage ist halt nur, wird es hier ein JV. No, wird es nicht die Krone. Ah ja, die Recarys müssen noch besser werden. Alright, GG. Nice, der Edge-Guard. Okay. Okay. Oh mein Gott, Alter. Das ist, Alter, das war so clean. Charge-Shot ins Face und dann die Fernseher. Ja, konnte nichts machen. Ja, Mann. Das war echt gut. Und ja, der Skin ist keiner nice. Genauso wie dieser Instant-Edge-Guard, ja. Damn, Alter. Let's go, Roy. Was? Alter. Als ob der Move nicht getroffen hat. Ganz nett über seinen Kopf, so wie es aussieht. Oh, die Bombe hat den gekillt. Nice. Hat nicht drauf geachtet. Ah, schade. Okay. Boah, clean, Alter. Dieser Rot-Naskin-Anklaut bis mich an. Warum, Alter? Ich finde den voll sick. Schade. Aber ja, der Erroge war echt nicht gut. Ich bin so bad. I don't know, man. Es ist ein einziges Match. So was kann jedem mal passieren, okay? Und ja, wenn du keinen Bock hast, dann spiel halt nicht gegen mich. Du weißt ja, dass ich Samus spiele. Aber ja, komm. Wegen einem Game. Wegen einem Game, Dude. Chill. Er darf sich, er darf sich nicht übertreiben, ja. Ist doch okay, wenn man verliert so. Kein Problem, Mann. Viele Leute verlieren gegen mich. Und ich verliere auch gegen viele Leute in Deutschland. Sonst wäre ich ja der Beste in Deutschland. Also ist okay. Man muss sich komplett abgehen. Passt schon. Oh, guter Abi. Okay. Er hätte halt noch zurückkommen können. Da haben wir den Zoll. Schade, Bro. Schade, Bro. 69 aber auch. Was, was wir mal tun, ne? 69, Samus. Klar, dagegen geht es dir nicht. Dude, what? Hypno. Ist es dein Ernst? Du, das kann, das kann wirklich nicht dein Ernst sein. Das kann echt nicht dein Ernst sein. Das ist ein Spiel, Bro. Guck mal, ich bin doch, habe ich dich gerade irgendwie beleidigt oder so? Ich habe doch probiert, sogar dich aufzumuntern. Was ist denn da los, Junge? Ich habe einfach Smash gespielt. Ich habe gerade einfach nur gespielt. Und die probiert aufzumuntern. Und er haut sowas raus. Yo, läuft auf jeden Fall. Mindset verbessern. Weil, wie gesagt, es bringt halt einfach nichts zu ragen. Es bringt halt gar nichts. Man kann sich gerne mal beschweren, wenn was passiert, wie ein Leck oder so. Der einem halt irgendwie gerade das Spiel einfach ein bisschen verkackt hat. Oder den Kill verkackt hat. MPL hat doch nicht so viel Luck. In Smash geht es nur um Luck, Junge. Und schon ein Save-Bester-Spieler auf der Welt. Der hat geballert. Das war eine geile Kombo. Holy shit. Ja, nicht. Boah, das ist schade, Mann. Vor allem fühle ich halt in letzter Zeit. Weil bei mir manchmal mein Internet ja eben auch einfach aus irgendeinem Grund nicht mehr will. Oh, die Truths of All-Kombos, Junge. Side-Bin-2-Charge-Job. Nice. Bisschen gebaitet mit dem Charge-Shot. 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 Bisschen gebaitet mit dem Charge-Shot.